Thailands Ministerpräsident besucht Polizisten, die bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen mit regierungsfeindlichen Demonstranten verletzt wurden. Somchai Wong Savat verteidigt die Polizei. Sie habe nur Tränengas eingesetzt, die Demonstranten dagegen scharfe Munition. Einen Rücktritt lehnt der umstrittene Regierungschef weiter ab. Überall in Bangkok sammeln sich unterdessen erneut Gegner Somchais. Seit Ende August blockieren sie seinen Amtssitz. Auch nach den Unruhen mit zwei Toten und mindestens 455 Verletzten wollen sie nicht aufgeben. Ich denke, der Kampfgeist wird gestärkt sein. Die schweren Straßenkämpfe sind die schlimmsten in Thailand seit 1992, als die Armee Dutzende Demonstranten tötete. In dem südostasiatischen Land fürchten nun auch viele Unbeteiligte eine weitere Eskalation. Keine Seite will mit der anderen reden. Beide Seiten glauben, sie seien im Recht und wollen nicht zuhören. Aber die Thailänder wollen, dass sie in einen Dialog eintreten. Auf den Straßen zeigt die thailändische Armee Präsenz. Viele Menschen hier haben den Eindruck, dass die Soldaten auf der Seite der Demonstranten stehen, gegen eine Regierung, deren Hintermänner 2006 durch einen Militärputsch gestürzt worden waren. Die Lage in Thailand bleibt angespannt und die Menschen hoffen, dass sich die relative Stille nicht als Ruhe vor dem Sturm entpuppt. Die Die Untertitelung des ZDF, 2020